Radioaktiv, Streifzug, die etwas andere Tour. Durch das Land Niedersachsen und damit auch die Polizei. Ich bin Eva Strohdeicher und nehme Sie heute mit auf einen Streifzug durch die Geschichte der Polizei. Und das geht am besten im Polizeimuseum in Nienburg. Sie hören Radioaktiv, Ihr Radio fürs Weserbergland. Ich bin Eva Strohdeicher und nehme Sie heute mit auf einen Streifzug ins Polizeimuseum Niedersachsen nach Nienburg. Das Museum wurde bereits im Jahr 2000 gegründet, erklärt Ausstellungsleiter Dirk Götting. Nienburg ist nicht ohne Grund als Ausstellungsort gewählt worden. Wir sind Teil der Polizeiakademie. Das ist der Ausbildungsträger der Polizei Niedersachsen. Und die Ausbildung der Polizei, die Polizeiakademie, hat seit 2007 ihren Sitz hier in Nienburg. Und wir sind dieser Institution gefolgt. Wer Polizist werden möchte, muss sich auch mit der Geschichte der Polizei auseinandersetzen. Es ist zumindest so wichtig, dass es ins Curriculum aufgenommen ist der Studierenden. Und sie halten zumindest ganz explizit über eine Einweisung in die Polizeigeschichte. Aber ich sage mal in mehreren Bereichen, ob das Polizeirecht ist, ob das Verfassungsrecht ist, Versammlungsrecht, da sind immer auch historische Bezüge drin. Also der eigentliche Kern ist zwar stundenmäßig nicht so groß, aber der Rückgriff auf die Polizeigeschichte, auf die Rechtsgeschichte ist eigentlich fast immer gegeben. Das Polizeimuseum liegt mit dem Auto von Hameln knapp eineinhalb Stunden entfernt. Direkt in der Fußgängerzone in Nienburg. Auf rund 700 Quadratmetern erfahren die Besucher Wissenswertes über die Polizei im Wandel der Geschichte, Polizei und Verkehrserziehung, sowie die kriminalpolizeiliche Arbeit. Daneben gibt es wechselnde Sonderausstellungen zu polizeilichen Themen. Auch mit den dunklen Seiten der Polizeigeschichte wird sich hier intensiv beschäftigt, erklärt Historiker Dirk Götting. Wir haben hier in der Vitrine noch ein großes Buch. Das ist die Heilsgerichtsordnung Kaiser Karls V. aus dem 16. Jahrhundert. Das ist ein faszinierendes Werk. Das ist im Grunde nach heutigem Maßstab, würde man sagen, eine Art Strafgesetzbuch mit beschriebenen Foltermethoden. Wenn man sich das mal vergleicht mit heute, heute zählt im Prinzip nur der Sachbeweis. Das sieht man jeden Abend im Fernsehen, wenn Rechtsmediziner und Kriminalisten an den kleinsten Spuren, DNA-Spuren, Staubkörnern, ganze Fälle rekonstruieren. Das konnte man nicht. Dazu war man technisch gar nicht in der Lage. Es zählte der mündliche Beweis. Das heißt, die Zeugenaussage und vor allem das Geständnis. Aber wenn dann sehr drakonische Strafen wartet, dann war natürlich die Bereitschaft zu sagen, ja, ich war das, ich habe das gemacht. Das Zugegeben war eher nicht so weit verbreitet. Deshalb hat man, und das ist ja bis heute ein geflügelter Begriff, man hat den Delinquenten die Daumenschrauben angesetzt und nochmal gefragt, also Schmerzen ausgeübt. Und das ging aber nicht so, wie man es heute manchmal in Fernsehfilmen sieht, so bis zum wirklichen physischen Tod der Delinquenten. Das ist eher selten. Die Regel war, und so sieht diese Heilsgerichtsordnung das auch vor, für bestimmte Strafen, bestimmte Foltermethoden. Und wer die aber aushielt und dabei blieb, dass er unschuldig ist, der war dann auch erwiesenermaßen unschuldig. Haben Sie denn jetzt ein spezielles Beispiel für mittelalterliche Folter, wo Sie sagen könnten, das war so eine klassische Foltermethode? Naja, die Foltermethoden, ich meine, da gibt es das berühmte Museum, auch wieder in Rotenburg, ob der Tauber, wo sämtliche Hilfsmittel der Folter dargestellt sind, der peinlichen Befragung, also der Befragung eines Menschen mit Folterinstrumenten, die haben wir hier explizit nicht ausgestellt. Zum Teil reichte schon das Nennen und Zeigen von Instrumenten, um die Leute einzuschüchtern. Und unter Daumenschrauben kann sich jeder was vorstellen. Das sind zwei Eisenplatten, die mit einer Schraube, Schraubgewinne zusammengezogen werden und einfach Schmerzen ausüben. Das ist so schon der Klassiker. Die Streckbänke kennt man auch, also wo die Menschen draufgebunden wurden und, ich sage mal, Land gezogen wurden. Das sind übliche Geschichten. Aber die haben wir hier nicht besonders dargestellt, weil das ist nur ein Randbereich der Polizei und eher mehr der gerichtliche Bereich. Und Polizei ist eher das, was man hier auf den Tafeln nochmal sieht. Sie haben hier oben, sehen wir eine Szene, wo zwei Stadtknechte einer Frau in ihren Umhang zerschneiden. Das ist auch ein interessanter Aspekt. Die mittelalterliche Gesellschaft war eine statische Gesellschaft. Das heißt, wer reich war, blieb in der Regel auch reich und wer arm war, blieb arm. Wer reich war, der konnte das zeigen, auch an seiner Kleidung. Und wer arm war, der musste das zeigen. Und wer so ein bisschen aus dieser Regel auszubrechen versuchte, wie hier diese Frau, die sich, ich sage mal, so mit falschen Federn schmückte, mit Luxus waren, die ihre umstand und ihr nicht zustanden. Dann gab es dann Polizeien, die zum Teil auch über die Zünfte und Gilden gestellt wurden, die dann dafür gesorgt haben, dass diese Regeln wieder eingehalten wurden, in dieser Form, dass man ihr ihren Mantel zerschnitten hat. Schon zu Beginn des Mittelalters haben sich Stadtbüttel und Knechte mit bestimmten Farben und Ausrüstungsgegenständen, in der Regel mit Knüppeln, als Polizei zu erkennen gegeben. Das, was wir heute als Uniform bezeichnen, ist eine Sache, die aus dem 18. Jahrhundert stammt oder 17. Jahrhundert, wo dann das Militär eine ganz andere Bedeutung bekommt, wo das Militär zu stehenden Heeren wird, also wo die Soldaten ständig in den Städten auch sind. Das färbt, sage ich mal im wahrsten Wort, auch auf die Polizei ab. Also polizeilich Uniformierung folgt in der Regel auch der Mode des Militärs. Wer heute die Hilfe der Polizei benötigt, der greift zum Telefon, Handy oder Smartphone und wählt die 110. Als es diese Hilfsmittel noch nicht gab, mussten die Menschen auf andere Dinge zurückgreifen. In den Städten mussten die Bürger schon verdammt laut rufen. Auf dem Land hingegen gab es weit bis ins 18. Jahrhundert oftmals noch gar keine Polizei. Auch die Polizisten mussten mit anderen Mitteln als heute auf sich aufmerksam machen. Es gab auch Funktionen von den Polizeibeamten, die Möglichkeiten hatten, auf sich aufmerksam zu machen. Das ist hier zum Beispiel, da haben wir ein Horn und auch eine sogenannte Knarre. Das sind Ausrüstungsgegenstände des Nachtwächters. Ein Nachtwächter hat in den Städten auch polizeiliche Funktionen übernommen. Der hat nicht mehr dafür gesorgt, dass das Licht aus war. Licht ist Feuer und Feuer ist brandgefährlich. Und wenn die Leute einschliefen, während die Kerzen brannten, konnten auch die ganzen Städte abbrennen. Das ist nicht selten passiert. Wenn er dann keine Aufmerksamkeit fand, dann konnte er auf seinem Horn mächtig Lärm machen. Und er konnte aber auch diesen gleichen Lärm machen, wenn er einen Spitzbuben oder einen Einbrecher feststellte. Und dann machte er nicht nur Lärm, um den zu verscheuchen, sondern auch, um die anderen Bürger zu alarmieren, die ihm dann helfen mussten. Also diese Selbsthilfepflicht, ich sage mal, in Anlehnung haben wir das heute noch bei der Freiwilligen Feuerwehr, die war lange Zeit gang und gäbe bei der Polizei. Im Polizeimuseum wird auch der Einfluss des Militärs auf die Polizei anhand von Schautafeln und verschiedenen Exponaten beschrieben. Polizei und Militär, eine nicht ganz unproblematische Beziehung, weiß Historiker Dirk Götting. Es geht zurück bis ins 17. Jahrhundert, als in den Städten nach und nach ständig Soldaten unter Waffen gehalten wurden. Also bis zum 30-jährigen Krieg gab es ja eigentlich nur Soldaten, wenn es da wirklich Krieg gab. Und dann bis auf wenige, die dem Fürst und den Königen folgten, waren das Ausnahmen. Jetzt gab es in fast jeder Stadt, jeder größeren Stadt, eine Garnison der gehörten Soldaten an, die aber nicht in Kasernen untergebracht waren, sondern in den Bürgerhäusern, je nach Stand. Die gingen auch Patrouille, also Streife und haben die Polizei lange Zeit unterstützt. Das heißt, bis zum Ersten Weltkrieg gab es eigentlich in Deutschland relativ wenig Polizei, weil wenn es mal dicke kam, dann konnte die Polizei auf die Armee, auf die Soldaten zurückgreifen. Das ist aber ein schwieriges Verhältnis, weil Polizei und Soldaten haben und Militär haben eigentlich unterschiedliche Aufgaben. Während das Militär einen Feind hat, den es im Zweifelsfall mit allen Möglichkeiten und Waffen auch niederzukämpfen hat, hat eine Polizeiaufgabe angemessen zu reagieren, Gewalt nur als letztes Mittel anzuwenden, im Rahmen der Verhältnismäßigkeit zu handeln. Und das sind zwei verschiedene Schuhe. Die waren auch im 19., Beginn des 20. Jahrhunderts bekannt, wurden hier in Deutschland nur noch nicht so umgesetzt. Und das Verhältnis Militär und Polizei sieht man auch daran, dass wir in der 1848er Revolution aus den Städten, wurde das Militär verjagt. Weniger die Polizei, weil die Polizei, die wenigen Polizisten, die hat man in der Regel dann gelassen, das war nicht gefährlich. Aber das Militär war gefährlich. Und ganz dicht dran an dem Militär war eine erste polizeiliche Institution, die nach der Französischen Revolution auch in Deutschland fußfasste, die erste richtige Landpolizei, die Gendarmerie. Die Gendarmen waren eigentlich Soldaten. Sie unterstanden auch dem Kriegsminister, war so eine soldatische, also militärische Reserve praktisch. Nur in Friedenzeiten waren die Gendarmen für polizeiliche Aufgaben einzusetzen. Wir haben hier in einer Vitrine einen Herrn stehen in einer prunkvollen Uniform. Das ist ein Landrat. Das ist kein Gendarmen, sondern der Landrat, der den Gendarmen Aufträge geben konnte. Und so haben wir so die Gendarmerie, eine Mischform zwischen Polizei und Militär. Wenn Sie mal über unsere Grenzen hinwegsehen, die Guardia Civil oder auch die Carabinieri in Italien, das sind bis heute Formen der Polizei, die sehr militärisch strukturiert sind. Nach 1945 gibt es die Gendarmerie nicht mehr. Die Trennung zwischen Polizei und Militär ist nun endgültig vollzogen. Die moderne Polizei, die sich vom Militär so ein Stück weit gelöst hat, war in der 1848er Revolution, ist in Preußen die Schutzmannschaft gegründet worden. Die Schutzmannschaft waren Stadtpolizisten, die jetzt nicht mehr Soldaten im engeren Sinne waren, sondern die dem Innenminister zuständigkeitshalber angehörten, dem Innenministerium, und die auch nicht mehr im engeren Sinne soldatisch organisiert waren. Das heißt, die ersten 1848 hatten auch eine sehr moderne Dienstanweisung. Sie sollten Gewalt eben nur als letztes Mittel anwenden, dosiert. Sie waren auch nicht militärisch ausgerüstet, auch wenn das hier auf dem Bild hier so ein bisschen nach Uniform aussieht. Aber es ist eine recht, in Anführungsstrichen, zivile Uniform. Also es ist keine Bewaffnung, auch wie in dieser Zeit Soldaten ausgerüstet waren. Leider nur eine kurze Zeit, 1849, der König von Preußen, seine Schutzmannschaft umgerüstet, umgebaut und sie militärisch ausgerichtet. Aber bis 1918, das sehen wir hier in dieser Wache, die wir hier aufgebaut haben, eine Wache, wie sie bis 1910, 1914, bis zum Ende des Ersten Weltkrieges bestanden haben mag. Und den Herrn, den wir dort sehen, mit Pickelhaube und blauer Uniform, das ist ein Schutzmann der Jahrhundertwende. Das ist, der spiegelt in seiner Person, so diese ganze Verbindung zwischen Militär und Polizei wieder. Und der sieht aus wie Alois Dimpfelmoser, den der eine oder andere vielleicht noch aus seiner Kindheit aus den Räuber-Hotzen-Plotz-Geschichten von Ottfried Preußler kennt. Der Schutzmann damals musste seine Ausbildung beim Militär gemacht haben und Unteroffizier in der Kaiserlichen Armee gewesen sein. Sonst hätte er sich gar nicht erst bewerben dürfen. Es gab bis an die Jahrhundertwende heran auch keine Ausbildung für die Polizei. Nur Learning by Doing, wie man heute sagen würde. Und das, was der auf dem Kasernenhof gelernt hat, das reichte ihm. Also das reichte, um untereinander klarzukommen, weil hatten ja alle Ausbildung beim Militär gemacht, aber auch die Männer zumindest, die man auf der Straße traf, hatten gedient. Und so ein Umgangston, wie auf dem Kasernenhof, herrschte nicht nur untereinander, sondern auch, man nannte das, in der Umgang mit dem Publikum, also mit der Öffentlichkeit. Das führt dazu, dass die Polizei nicht sehr beliebt war in dieser Zeit. Es gab auch Bürgerproteste gegen das militärische Verhalten der Schutzmänner. Und diese blieben nicht ohne Folgen. Zum einen wurden Polizeischulen eingerichtet. Ab 1890 in Preußen, erst staatliche, dann aber auch kommunale Schulen, also städtische Schulen, wo die Polizei tatsächlich Polizei lernte, Polizeidienstern, vor allem auch Rechtssicherheit. Es war ja immer noch gang und gäbe, dass Polizisten, jemanden, mit dem sie nicht ganz konform gingen, auf der Straße nicht nur mit dem flachen Seite des Säbels regelrecht schlagen konnten, sondern ihn mitnahm auf die Wache in eine große Zelle, um dann mal zu prüfen, ob man ihm irgendwas vorwerfen konnte. Also so eine echte Rechtssicherheit, Ausbildung gab es nicht. Besonders ein Teil der Bevölkerung war über diese Missgriffe besonders verärgert. Die Frauen. Die bürgerlichen Frauen um 1900 waren in Vereinen organisiert, wie man sich das heute kaum vorstellen kann. Die bürgerliche Frauenbewegung war eine starke politische Macht ohne Wahlrecht. Das muss man immer mal sehen. Und trotzdem konnte sie durchsetzen, dass schon 1903 erste Frauen in den Polizeidienst eingestellt wurden. Weil die Zustände, wenn mal ein Schutzmann eine Frau mitnahm zur Wache und eingesperrt hat, die landeten zum Teil in Sammelzellen mit Männern zusammen in der gleichen Zelle. Es ist, ich sag mal so, in dieser Zeit sind sehr viele kurzfristig mal eingesperrt worden. Und wenn es dann um einen Fehlgriff der Polizei, weil sie nicht das besondere Gefühl hatte oder rechtsunsicher war, der Schutzmann, dann hat er auch mal eine Frau mitgenommen und eingesperrt, die vielleicht in seinen Augen nur ein bisschen auffällig gekleidet war. Das reichte manchmal schon, denn es gab einen Tatbestand. Die Prostitution in Deutschland war offiziell verboten. Und die Polizei hatte darauf zu achten, dass es keine illegale Prostitution gab. Und wenn Frauen ein bisschen auffällig waren, dann konnte der Schutzmann schnell in den Verdacht äußern, naja, das könnte ja eine Frau sein, die der Prostitution nachgeht. Dann hat er sie erst mal mitgenommen. Und wenn sich das als Irrtum herausstellte, dann war das sehr folgenreich für eine junge Frau oder überhaupt für eine Frau, denn von ihrem Ruf war ihre gesamte gesellschaftliche Stellung abhängig. Und wenn man dann einmal unter diesem Verdacht verhaftet worden ist, in der Polizei auf einer Wache saß oder eingesperrt war, dann war das schon eine ganz schlimme Geschichte. Und dazu kommt, dass dort nur Männer waren. Schutzmänner, Kriminalmänner, auch wenn es um ärztliche Untersuchungen ging, gerade im Bereich der Prostitution spielte das eine Rolle, waren Ärzte auch nur Männer. Alles nur Männer. Und das einer Zeit, in der man gerade was Frauen betrifft, also Frauen und Männer sehr unterschiedlich, also getrennt erzogen auf worden sind. Also das konnte für Frauen schon echt eine Schocksituation sein. Und in dieser Zeit haben wir 1903 dann über den Druck der bürgerlichen Frauenbewegung die ersten Polizisten in der Polizei gehabt, die auf die Frauen ein Auge hatten, die in den polizeilichen Gewahrsam eingeliefert worden sind. Die ersten Frauen bei der Polizei nannten sich Polizeiassistentinnen. Ihre Aufgaben gingen vor allem in den sozialen Bereich, erklärt Ausstellungsleiter Dirk Götting. Um die Jahrhundertwende waren die Aufgaben der Geschlechter sehr nachhaltig definiert. Also es war klar, was Männer machen und was Männer dürfen, was männlich ist und was Frauen machen, was Frauen dürfen und was fraulich, weiblich ist. Polizei war Männersache, also traditionelle Polizei. Repressiv, Strafen und auch dieses ganze Körperliche, also jemanden festnehmen und so, das war ein männlicher Job. Aber ein großes Problem der Jahrhundertwende war die sogenannte soziale Frage. Das heißt, wie man ganze Teile der Bevölkerung, die am unteren Ende der sozialen Skala lebten und in sehr unwürdigen Verhältnissen zum Teil lebten, in diesem Staat integrieren kann, dass sie auch positiv zu diesem Staat stehen. Um diese Jahrhundertwende haben wir auch soziale Bewegungen, auch politische Bewegungen gehabt, die auch mit Nachdruck für eine Veränderung dieses Staates bis hin zur Revolution wollten. Diese soziale Frage heißt, auch für die Polizei war das eine Frage. Wie kann man eine soziale Polizei vielleicht, also die sich sozialer Missstände auch den Gruppen annimmt, die in der Polizei, also polizeilich festgenommen sind, im Gefängnis sind, die sozial betreut werden müssen, die aus sozialer Not im Gefängnis sitzen. Soziale Arbeit war aber traditionell Frauensache. Und jetzt haben die Frauen gesagt, okay, wenn die Polizei sich um soziale Aufgaben kümmern muss, dann können das Männer nicht. Weil Männer sind dafür nicht gedacht. Also, wenn die Polizei soziale Aufgaben übernehmen soll, zum Beispiel Leute, die sozialer Not im Gefängnis sitzen, im Polizeigewahrsam sitzen, in Arbeitsstellen zu vermitteln oder ihnen Wohnungen zu vermitteln, also soziale Arbeit an den Menschen zu leisten, dann ist das Frauensache. Und wenn das eine Aufgabe ist und das wurde eine Aufgabe der Polizei, dann muss man dazu Frauen einstellen. Und so kamen die ersten Frauen in den Polizeidienst als soziale, moderne Polizei des 20. Jahrhunderts. Das, was da aus Ihrem Radio kommt, ist radioaktiv. Ich bin Eva Strohdeicher und nehme Sie heute mit auf einen Streifzug ins Polizeimuseum Niedersachsen nach Nienburg. Die Polizei, wie wir sie heute kennen, entsteht erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Doch schon zu Beginn des Mittelalters gibt es so etwas wie Polizei. Stadtbüttel und Knechte sorgen für Ordnung. Auf dem Land sind es zu Beginn des 19. Jahrhunderts die Gendarmerien und während der Kaiserzeit sind die Schutzmänner aktiv. Zu ihnen gehören als hervorstechendstes Merkmal wohl die Pickelhauben, erklärt Dirk Götting vom Polizeimuseum Niedersachsen in Nienburg. Wir haben hier eine Vitrine, da sehen Sie die Kopfbedeckung der Polizisten aus der Jahrhundertwende und aus dem 19. Jahrhundert die sogenannte Pickelhaube. Die Pickelhaube ist eine Lederkappe. Und da drauf befindet sich eine Metallspitze. Und wenn Sie heute auch Karikaturen oder Kindermärchen aus der Zeit des Kaiserreichs sehen, dann hat der Schutzmann immer so eine Pickelhaube auf dem Kopf. Vielleicht noch mal so ein Wort dazu, warum das so aussieht. Das ist nicht nur ein Schönheitsideal dieser Zeit, sondern das ist ursprünglich eine militärische Kopfbedeckung. Sie besteht aus Leder. Die Waffe der Zeit war der Säbel. Und wenn man mit dem Säbel einen Schlag auf diese Kopfbedeckung, auf diesen Helm bekommt aus Leder, dann ist nicht nur der Helm kaputt, sondern auch der Kopf. Und deshalb hat man auf diese Lederkappe Metall aufgeschraubt, um Schläge von oben direkt auf den Helm abzuwehren. Deshalb ist da diese Spitze draufgekommen, die nämlich einen Säbelschlag nach links oder rechts ableiten sollte. Das war mal die militärische Idee. Aber um die Jahrhundertwende sah es dann so aus, dass man an dieser Spitze auf dem Kopf auch erkennen konnte, wie wichtig ein Polizeibeamter war. Je spitzer und goldener das war, was er da auf dem Kopf hatte, desto wichtiger war er. Und je kleiner, runder, mit dieser Kugel, wie Sie hier sehen, auf dem Helm hat, es war ihm ein ganz normaler Schutzmann. Also hat was mit Rangabzeichen und Hierarchie zu tun. Und dann gibt es hier noch eine, das sieht so ein bisschen aus, als wäre das Rosshaar. Das ist auch Rosshaar. Das ist ein Paradehelm. Der wurde nicht im täglichen Dienst getragen, sondern auch, ich sage mal so, in der Ausbildung und Präsentation und Darstellung ist ja immer so ein bisschen auch dem Militär lange Zeit gefolgt. Und wenn Polizei zu Paraden angetreten ist, dann gab es auch die Möglichkeit, für bestimmte Dienstgrade, bestimmte Anlässe, solche Prunkhelme zu tragen, wie diesen hier, mit denen er heute so ein bisschen sehr ungewöhnlich aussieht, mit diesem Rosshaar, was da links und rechts am Helm herunterhängt. Der Erste Weltkrieg, aber vor allem der Zerfall des deutschen Kaiserreichs, hat die Polizei nachhaltig geprägt. Der Zerfall eines Reiches bedeutet hier auch ein Trauma für die Polizei. Die Revolution 1918, 1919 hat die Polizei aber auch den Staat verändert, und zwar sehr nachhaltig. Die Beginn des 20er Jahre, die Weimarer Republik, die erste Republik in Deutschland, hat dazu geführt, dass es eine strikte Trennung zwischen Militär und Polizei erstmals in Deutschland gegeben hat. Das heißt, die Polizei konnte bei Auseinandersetzungen innen, innen und zu Anfang der Republik gab es viel Auseinandersetzung, nicht zurückgreifen auf das Militär. Deshalb musste die Polizei, die jetzt auf dem Weg einer demokratischen Polizei war, eine demokratische Polizei zu werden, selbst Institutionen schaffen, also Einheiten schaffen, die notfalls auch mit sehr militärischen Mitteln gegen bürgerkriegsähnliche Unruhen im Staat vorgehen konnten. Das sehen wir hier auf der einen Schautafel, da sehen wir praktisch Leute, die aussehen wie Soldaten mit Maschinengewehr und auch mit einem Panzerfahrzeug da unten. Das sind erste Verbandspolizeien, also Polizeien, die kaserniert waren und wie Militär ausgerüstet waren. Aber sie waren Polizisten. Und das ist der große Unterschied. Wir haben jetzt eine nachhaltige Trennung zwischen Polizei und Militär und in den 20er Jahren setzen die großen Reformen der Polizei ein in der Republik augenfällig in Preußen der Namenswechsel. Die Gendarmerie heißt nicht mehr Gendarmerie, sondern Landjäger. Die Landjägerei, das war kein beliebter Name für die ehemaligen Gendarmen, aber man wollte deutlich machen, dass jetzt auch die Gendarmen keine Soldaten mehr sind, sondern sie gehören jetzt auch wie die normale Polizei dem Innenressort an und deshalb bekamen sie einen neuen Namen Landjäger. Der vier Jahre andauernde Erste Weltkrieg, dieser menschenverachtende Krieg, mit erstmalig Giftgasangriffen und Krieg in den Schützengräben Europas sorgte für eine regelrechte Verrohung der Menschen. Zum Anderen, müssen Sie sich vorstellen, ist der Erste Weltkrieg nicht so zu Ende gegangen wie der Zweite, wo hier praktisch alliierte Truppen durchzogen und die Reste der Soldaten entwaffnet haben. Also der Erste Weltkrieg ist mit einem Waffenstillstand zu Ende gegangen und die Soldaten sind mehr oder weniger geordnet von den Grenzen von der Front weg in die Heimatstandorte gezogen mit voller Bewaffnung. Ein Großteil der Kriegsbewaffnung fand sich plötzlich hier im Inneren wieder. Die hatten die Leute dabei. Manche Einheiten haben sich auch aufgelöst. Es gab Freikorps, die waren so halblegale Institutionen, die mit der vollen Kriegsbewaffnung weitergekämpft haben. Hier jetzt im Auftrag zum Teil der neuen Regierung, der demokratischen Regierung. Also das waren Zustände, die man sich heute so nicht vorstellen kann. Das hat natürlich Folgen für die Polizei gehabt, die dann auch dementsprechend korrespondierend bewaffnet werden musste, wie hier zu sehen, eben mit Maschinengewehren und auch mit Panzerwagen. 1919 musste man nicht mehr zwangsläufig beim Militär gedient haben, um sich als Polizist zu bewerben. Dennoch waren die Eignungstests, denen sich die Bewerber zu unterziehen hatten, immer noch sehr militärisch angelegt, weiß Historiker Dirk Götting. Wir haben eine Schautafel, die typische Tests wiedergibt, bei denen die Begriffe aber manchmal so ein bisschen irritierend sind. Hier geht es um die Willensenergie in dieser einen Prüfung. Willensenergie, was macht der Delinquent da? Da sieht man ein Metallrohr, da drin ist eine Spirale. Und er muss gegen diesen Federdruck, muss er einen Metallstab aus diesem Rohr ziehen und das möglichst lange festhalten. Wir sehen auch eine Prüfung, in der ein Polizeibewerber, sie sind die Augen verbunden worden, er hat einen kleinen Gummiblasebalg in der Hand, der Schlauch geht zu einem Aufschriebgerät, neben ihm steht ein Prüfer, der hat eine Pistole in der Hand und der schießt mit der Pistole und wenn sich der Delinquent, also der Geprüfte, zu sehr erschreckt und zu doll auf dem Blasebalg drückt, dann gibt es einen Aufschrieb auf dieser Tonrolle und der Aufschrieb an bestimmte Höhe überschreitet, dann ist er für den Polizeidienst ungeeignet. Also man sieht, man ist noch sehr hart an der militärischen Prüfung, indem man auch den Eigentest der Polizei ausrichtet. Auch bei den Uniformen gab es ja im Laufe der Zeit verschiedene Wechsel. Hier sehen wir jetzt eine Uniform in blau, ich kenne noch die grünen und jetzt sind Sie wieder blau. Dieses Farbenspiel blau-grün wird uns, glaube ich, immer beschäftigen. In Preußen nach 1919 hat man beide Farben gehabt. Also die Landpolizei, die jetzt nicht mehr Gendarmerie, sondern Landjägerei hieß, die Landjäger trugen eine grüne Uniform und die Stadtpolizei, die Schutzmänner, eine blaue. Und also grün und blau gleichzeitig. Wir haben einen Wechsel gehabt nach 1976, als es in allen Bundesländern eigene Uniformen gab, war das Verhältnis 50-50 etwa zwischen blau und grün. Es gibt ja immer noch Polizeien, auch in Deutschland, die dem blauen Uniform noch nicht gefolgt sind. Ich glaube, die Einheitlichkeit, wie wir sie bei der grünen Uniform vor einigen Jahren noch hatten, werden wir in Zukunft so nicht mehr haben. Aber der Grundtenor ist, Polizei hat eine blaue Uniform. Einzig die Polizei in Bayern setzt derzeit noch auf grün. In den anderen 15 Bundesländern hat sich zumindest im Moment blau durchgesetzt. Das wohl dunkelste Kapitel der Polizei in Deutschland. Die Zeit zwischen 1933 und 1945. Diesen Zeitraum kann man nicht in der Weise darstellen, wie das, was davor war oder danach kommt, erklärt Historiker Dirk Götting. Ja, das ist für einen, ich sag mal, jemand, der ein Museum betreut, mit Polizeigeschichte immer ein sehr schwieriges Thema. Unsere Führungen hier, Sie können das auch gerne nachverfolgen. Wir haben ein Audio-Guide-System hier. Also Sie können sich auch praktisch in einer Art Hörbuch unsere Ausstellung anhören. Das ist manchmal auch ein bisschen kurzweilig. Man kann auch mal einen Scherz machen. Das funktioniert ganz gut. Das endet, wenn wir hier uns der Zeit 33 nähern. Denn zwischen 1933 und 1945. Diese Geschichte der Polizei kann man nicht wirklich in der gleichen Art und Weise darstellen, wie wir das mit dem Rest der Polizeigeschichte gemacht haben. Die Polizei verändert sich schon zwischen 1930 und 1933, indem die Polizei ihr wichtigstes Instrument verliert, nämlich das Gewaltmonopol. Polizei sind diejenigen, die Gewalt ausüben dürfen. Rechtlich gesehen, sie dürfen Menschen zu etwas zwingen, was die vielleicht nicht wollen. Aber dabei sind sie gebunden an Recht und Gesetz. Nach 1930 gibt es dann hier in Deutschland mehrere Institutionen, die das mehr oder weniger illegal tun und denen aber kein Einhalt geboten wird. Das ist die SA und SS auf der rechten Seite. Das ist der Stahlhelm, der Rotfrontkämpferbund. Das sind bestimmte paramilitärische Einheiten, die hier Gewalt ausüben auf der Straße. Und die Polizei ist nur noch ein Faktor, der Gewalt ausübt. Und sie ist nicht der Faktor, der im Zweifelsfalle auch Recht behält, auch Gerichtsrecht bekommt. Das macht die Situation für die Kollegen nicht einfach in dieser Zeit. 1933 wird der Nationalsozialist Hermann Göring kommissarischer Innenminister und damit Chef der größten Polizei im Deutschen Reich. Und er fordert die Polizisten schon 1933, 14 Tage, nach der sogenannten Machtergreifung oder Machtübertragung zu rechtswidrigem Handeln auf, indem er sie auffordert, nur auf Weisung, auf seine Weisung praktisch Gewalt bis hin zum Schusswaffengebrauch anzuwenden, gegen Feinde des Regimes, erklärte Feinde des Regimes und ihr Handeln nicht mehr auf Recht und Gesetz zu stützen, sondern nur noch auf praktisch, sie brauchen dafür die Verantwortung nicht zu übernehmen, die übernimmt er. Das heißt, die Polizei wird gleich nach 1933 aus dem traditionellen Rechtsrahmen herausgelöst. Sie wird zu einem Machtinstrument des nationalsozialistischen Staates und ab 1936 wird dann der Chef der SS, Reichsführer SS Heinrich Himmler, auch Chef aller Polizeien in Deutschland. Und erstmals haben wir in Deutschland dann eine Reichspolizei, die zentral straff organisiert ist, die eng mit der SS verzahnt wird und die praktisch zu einem Herrschaftsinstrument des Nationalsozialismus wird. Mit allen Konsequenzen bis hin zu maßloser Gewaltanwendung und Exzessen, Tötungsdelikten, Massenerschießungen im Krieg. Was schätzen Sie denn, wie sehr haben denn diese 15 beziehungsweise 12 Jahre dem Ruf der Polizei geschadet? Der Schaden ist so wie in vielen Bereichen. Die Nationalsozialisten haben viele Bereiche für sich reklamiert und verändert. Das Handeln der Polizei hat dazu geführt, dass vieles, ich sag mal, dass es auch so einen Traditionsbruch gab. Was man in vielen Ländern außerhalb Deutschlands beobachten kann, dass es eine viele, fast jahrhunderte alte Traditionen im polizeilichen Bereich gibt, das haben wir hier durch den Bruch 1945 nicht mehr, weil sich vieles verbietet. Eine Polizei, die auf Gehorsam, Treue pocht, das funktioniert nicht. Der Nationalsozialismus hat das traditionelle Polizeibild in Deutschland. Also das auch stark in Frage gestellt. Nach 1945, und das ist maßgeblich auch den Alliierten geschuldet, soll die Polizei ein Teil der Bevölkerung sein. Der Begriff Freund und Helfer gewinnt eine neue Bedeutung. Der Begriff zum Beispiel, noch mal einzuflechten, Freund und Helfer der Polizei, der kommt aus den 20er Jahren und sollte deutlich machen, dass sich diese neue demokratische Polizei von der kaiserlichen Polizei absetzte. Die Nazis haben diesen Begriff wieder aufgegriffen. Für die ging es aber nur um die Volksgemeinschaft. Für die waren die Polizisten Freunde und Helfer. Wer aber dazu nicht gehören wollte oder durfte, für den waren die Polizisten keine Freunde und Helfer. Und nach 1945 ist diese Metapher von Freund und Helfer wieder geblieben. Aber es ging jetzt doch um eine bürgerliche Polizei. Das heißt, eine Polizei, die die Bürgerrechte akzeptierte und einhalten musste, auch wenn das manchmal unbequem war, das muss man erst mal aushalten als Polizist. Das musste erst mal geübt werden, das musste gelernt werden. Das war ein ziemlich langer Lernprozess. Der Nationalsozialismus hat vieles diskreditiert, hat Traditionslinien der Polizei missbraucht. Und die Polizei hat sich dabei natürlich auch missbrauchen lassen. Das ist ein Wechselverhältnis, ein schwieriges Verhältnis. Wir haben hier eine Toilettenpapierrolle, relativ dunkles Papier, wahrscheinlich auch relativ hart, aber im Gegensatz zu dem heutigen Toilettenpapier keine kleinen Blümchen oder sonst was draufgedruckt, sondern Polizei Oldenburg. Ja, das ist ein Relikt aus der Mangelzeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Es war ja in allen Bereichen absolute Knappheit bei uns, wie auch bei den Alliierten, bei den Engländern zumindest. Und hier in Deutschland, 1945, haben wir eine extreme Papierknappheit. Das heißt, man nutzte alle Möglichkeiten, um Papier mehrfach zu nutzen. Briefumschläge wurden umgekrempelt und von der Rückseite nochmal beschriftet. In die Papiermühlen wanderte alles, was sich nur irgendwie zu Papier verarbeiten ließ. Das sieht man auf Akten, wenn man dort mal mit der Hand drüber fährt aus dieser Zeit. Entweder sind sie so dünnes Pergamentpapier oder es sind richtig Einschlüsse von Steinen drin. Aber für die Körperhygiene brauchte man doch relativ hochwertiges Papier. Und deshalb, auf den polizeilichen Besuchertoiletten zumindest, musste Toilettenpapier vorgehalten werden. Damit es nicht entwendet wurde, wurde ein Eigentumsnachweis draufgedruckt. Und deshalb steht hier Beispiel Polizei Oldenburg drauf. Und das hat sich so gut bewährt, dass wir dieses Papier bis heute niemand mitgenommen hat. Und wir haben es deshalb im Museum hier ausstellen können. In der Ausstellung nähern wir uns im ersten Geschoss dem Ende. Hier geht es jetzt um den Wiederaufbau der Polizei nach dem Ersten Weltkrieg. Das Ziel war, eine möglichst neue Polizei auf den Weg zu bringen. Das heißt, im wahrsten Sinne des Wortes wurde viel Wert gelegt auf die Einstellung neuer, junger Polizeibeamte. Die Ausbildung war ganz wichtig. Zentrales Thema der Ausbildung war die Staatsbürgerkunde. Aber wie man hier in unserem Film sieht aus der Zeit Ende der 50er Jahre, waren doch sehr viel soldatische, militärische Traditionen auch drin. Und wurden vermittelt, das nahm einen hohen Stellenwert in der täglichen Ausbildung. Das ist auch dem geschuldet zum Teil, dass wir eine Bundeswehr in dieser Zeit noch nicht hatten. Also die ist erst 1955, 1956 gegründet worden. Der Bundesgrenzschutz 1951 und zumindest 1945, 1946 bis 1951 musste die lange Zonengrenze, der illegale Übertritt dieser Grenze, der Warenschmuggel von der Polizei kontrolliert und überwacht werden. Und das waren nicht ganz ungefährliche Einsätze. Deshalb waren manche militärische Ausbildungsteile durchaus gerechtfertigt. Aber wie man hier in diesem Film sieht, Ende der 50er Jahre, gefechtsmäßige Schießen mit dem Maschinengewehr, war auch in dieser Zeit nicht wirklich mehr eine Aufgabe der Polizei. Wurde aber als eine fragwürdige Tradition durchaus gepflegt. Einer der bekanntesten Kriminalfälle der Polizei in Niedersachsen ist wohl der Fall Fritz Hamann. Ja, diesen Fall hier sieht man sich als Museum immer so ein bisschen mit gemischten Gefühlen an. Es ist natürlich was, was mit Situationen zu tun, ein Serienmörder. Sie brauchen sich nur mal im Internet umgucken. Das Thema ist immer wieder aktuell. Aber dieser Fall hat nicht nur eine lange Tradition in der Polizei, sondern er hat auch sehr eigene Bezüge zur Polizei. Es ist nicht einfach nur ein irgendein Kriminalfall. Der Fall Friedrich Hamann stammt aus der ersten Hälfte der 20er Jahre. Und es ist in Hannover passiert. In Hannover sind 24 Jugendliche verschwunden sozusagen. Es wurden Knochen gefunden in der Leine, Schädelknochen, aber auch menschliche Knochen. Es wurde immer brenzliger. Also das heißt, es sprach sich immer weiter rum. Man vermutete, dass in dieser Altstadt, die es heute in der Form überhaupt nicht mehr gibt, dass in dieser Altstadt, dem sogenannten Gängenviertel in Hannover, Menschenfallen aufgestellt werden, dass Menschen plötzlich verschwinden. Es war schon eine sehr eigene Stimmung. Früh gerät Friedrich Hamann ins Visier der Ermittler und unter Verdacht. Aber Friedrich Hamann wurde von der Polizei nicht mit dem Nachdruck verfolgt, der nötig gewesen wäre. Weil ich sage es mal so, die Kollegen sagen, unser Fritze kann das nicht gewesen sein. Weil Friedrich Hamann hatte einen sehr eigenen Bezug zur Polizei. Er hatte sich der Polizei Hannover als sogenannter Vigilant, das heißt als Zuträger der Polizei, angedient und versorgte die Polizei mit Informationen aus der Altstadt, aus diesem Gängeviertel, wo Heelerware verkauft wird. Und es hatte einen guten Bezug zur Polizei, war dort bekannt, bekam auch regelmäßig Geldzuwendungen, war also ein Mann, der ein bestes Verhältnis zur Polizei hatte. Aus diesem Grund hat die Polizei erste Hinweise auf ihn auch nicht so verfolgt, wie sie es hätte tun müssen. Das ändert sich, als der ermittelnde Kommissar in seinen Urlaub geht 1924 und der Nachfolger sich die Akten noch mal genauer vornimmt und dann auch sehr schnell dazu kommt, also wenn es so ist, dass einer der Verdächtige in einer Mordserie wirklich Fritz Hamann ist, nicht nur der Verdächtige, sondern auch der Täter ist und der so eine Bezüge zur Polizei hat und die Polizei das jetzt auch schon eine Weile weiß und es werden immer noch Knochen gefunden, frische Knochen in der Leine. Das heißt, das Morden geht weiter. Während die Polizei das weiß und einen Hauptverdächtigen hat und der weiter mordet, wenn das rauskommt und der eben enge Beziehungen zur Polizei hat, dann ist das für die Polizei hochgradig peinlich. Und deshalb hat er mit Nachdruck gesagt, dass wir müssen diesen Fall irgendwie in den Griff kriegen, wir müssen die Person Hamann abklären. Ist er das oder ist er es nicht? Man wollte ihn erst gleich einsperren, das hat aber nicht geklappt, weil dazu reicht die Beweise nicht. Man hat versucht, ihn zu observieren, zwei Beamte hinterher geschickt, die sollten ihn auf frischer Tat betreffen, wenn er denn eine Tat vollbringt. Aber das hat auch nicht so richtig geklappt, denn Hamann ist eines Tages auf die Bahnhofswache gekommen mit einem jungen Mann, mit dem er sich gestritten hatte und wollte diesen Streit zu seinen Gunsten durch die Kollegen der Bahnhofswache schlichten lassen. Man muss sich mal vorstellen heute, wie abgebrüht dieser Mann war. Er wusste, dass er ein Hauptverdächtiger in einem Tötungsserie ist, geht mit einem jungen Mann auf die Wache und der junge Mann behauptete, Hamann hätte versucht, ihn umzubringen. Nur die observierenden Beamten, die eigentlich das verhindern oder aufpassen sollten, die waren nicht zu sehen, also das hatte auch nicht geklappt. Und erst dann hat man ihn eingesperrt, hat ihn vernommen, eingesperrt, vernommen, aber er sagte nichts. Man stellt aber fest, er ist ein ängstlicher Mensch und man hat dann das gemacht, was man heute unter unerlaubten Vernehmungsmethoden packen würde oder eben als Folter bezeichnen würde. Man hat vier menschliche Schädel, die man in der Leine gefunden hatte, hat man mit rotem Cellophane-Papier hinter die Augen beklebt, hat eine Kerze reingestellt in das Innere des Schädels, ein Brett drunter und hat ihm diese vier Schädel in alle vier Ecken der Zelle gestellt. Dann hat man ihn am Bett festgebunden, sodass er diese Schädel nicht erreichen konnte, hat sogar noch einen Sack Knochen in die eine Ecke der Zelle gestellt und hat ihn so Angst machen wollen. Nach mehreren Tagen war er schon ziemlich unruhig und dann hat man, ich sage mal so, auch den Klassiker der unerlaubten Vernehmungsmethoden angewandt, man hat ihn verprügelt, man hat ihn geschlagen und in diesem Zuge rum hat er dann auch erste Delikte zugegeben. Hamann war ein stadtbekannter Homosexueller, der deshalb auch diesen Weg zur Polizei gesucht hat, das Verhältnis zur Polizei, um bei seinen aktuellen Neigungen nicht mit der Polizei in Konflikt zu kommen, denn Homosexualität war ein Straftatbestand zu dieser Zeit noch. Seine Opfer waren auch alles junge Männer zwischen 8 und 18 Jahren und in diesem Zuge, als man jetzt wusste, dass Hamann der Täter ist, hat man dann angefangen, die zu ermitteln, wie viel hat er denn umgebracht, wo kamen die denn her, welche Methoden hat er angewandt und das ist alles ein bisschen sehr makaber. Ich will das nur kurz nochmal auf unser Beil eingehen, was ja doch bekannt ist. Wir haben ein Tatwerkzeug, bei dem eine gewisse Wahrscheinlichkeit besteht, dass es das auch wirklich gewesen ist. Hamann hat seine Opfer in sein Zimmer gelockt und zwar durch seine polizeiliche Autorität, denn er galt ja als Zuträger der Polizei sogar mehr. In Unterwelskreisen galt er als Polizeibeamter und er hat Jugendliche regelrechtlich, ich sag mal, verhaftet, mitgenommen, sich als Kriminalbeamter ausgegeben, sie in sein Zimmer gebracht und sich an ihnen sexuell vergangen, ihnen dabei den Kehlkopf durchgebissen, deshalb hieß er in der Presse der damaligen Zeit auch Vampir von Hannover und hat am nächsten Tag diese Leichen mit dem Beil zerhackt und in die Leine entsorgt. Und so kamen die Knochen da rein, deshalb das berühmte Beil und als das alles bekannt wurde, gab es noch einen besonderen Umstand, der diesem Fall eine traurige Berühmtheit einbrachte. Seine Vermieterin, in dem Haus, in dem er wohnte, Frau Engel, betrieb im Erdgeschoss ein Restaurant und bei der Zeugenvernehmung gab sie an, regelmäßig Fleischwaren von Hamann zu beziehen, um diese dann im Restaurant zu speisen, zu verarbeiten. Und deshalb haben wir schon sehr früh, auch rund um diesen Fall und das Gerichtsverfahren ein Gassenhauer, der in Hannover die Runde machte mit der ersten Zeile, ich zitiere mal kurz, Warte, warte, nur ein Weilchen, bald kommt Hamann auch zu dir, mit dem kleinen Hackebeilchen macht er Schabefleisch aus dir, aus den Augen macht er Sülze, aus dem Hintern macht er Speck, aus den Därmen macht er Würste und den Rest, den schmeißt er weg. Die Melodie und so der erste Satz, die gehen heute noch auf dem Schützenfest, werden sie intonisiert, aber es ist schon auch ein Merkmal, dieses Falles, dass der für die Öffentlichkeit und die breite Wirkung dieses Falles. Also der Fall hat sehr polizeiliche Bezüge, vom Zuträgertum, Vigilantentum über die Folter, bis hin zum Verfahren und zum Vorgehen bei den Vernehmungen. Wir haben den Fall aus diesen Gründen auch wieder dargestellt, weil es ein Meilenstein auch in der Veränderung der Polizei ist. Die Polizei, die zum Teil Hinweise auf Hamann, auf Opfer ignoriert hat, hat noch gehandelt wie, ich sage mal, die arrogante Polizei des Kaiserreichs. Nach diesem Fall gab es dann auch disziplinarrechtliche Untersuchungen in Hannover. Die Polizei hatte verstanden, dass eine Presse zu akzeptieren ist, dass die Presse auch eine Macht hat, dass man nichts unter den Tisch kehren kann, nichts verheimlichen kann, dass das nicht zielführend ist. Und so kommt die Polizei Hannover über diesen Fall Hamann nach diesem Fall, nach 1925 auch in der Republik an und ist auf dem Weg, eine modernen Polizei zu sein. Augenfällig auch daran, wir haben ja auf dem einen Banner, wo wir Bilder und den Text zu diesem Fall dargestellt haben, ein Bild, das sieht genauso aus wie das Mordzimmer, was wir noch etwas größer an der Wand haben. Das ist aber nicht das original Mordzimmer, sondern das ist ein Nachbau, den die Polizei Hannover 1926 mitgenommen hat auf die erste große Polizeiausstellung nach Berlin. Also schon seit 1926 stellt die Polizei diesen Fall Hamann öffentlich dar. Der Fall Hamann sorgt immer wieder für Gänsehaut. Und nicht nur, weil im Museum die Geschichte dieses Falls noch einmal eindrucksvoll erklärt wird, ist das Polizeimuseum Nienburg einen Besuch wert, betont Ausstellungsleiter Dirk Götting. Polizeigeschichte zum Anfassen und Erleben im Polizeimuseum Niedersachsen in Nienburg. Ich bin Eva Strohdeicher und wünsche Ihnen viel Spaß beim Streifen durch die Region.